Wir schießen die Gamsal, die Hirsch und die Rehn, wo uns großen und springen im Gebirn auf der Höhe. Sie lehnt sich einander und wusselt sie hoch und dreißen die Eiger, wann sie sich anschauen. 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 Die Gals steht bei den Jungen, die Kitzel klar geschickt. So hat sie ihre Jungen zum letzten Mal gekriegt. Und dreißen die Eiger, wann sie sich anschauen. 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 Und dreißen die Eiger, wann sie sich antieren. Musik Musik Musik